Halli, Hallöchen, Freunde und herzlich willkommen zurück bei TTT. Mit dabei ist der Dallocat, der Groenens, der Items, der Kundron, der Maro, der Nils, der Tauter und der Pay. Der Pay, den Schatz. Also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil die armen Angestellten stimmt ja in dem Fall auch nicht. Also in Dänemark, wie gesagt, in allen Ländern, heute bin ich es auch. Ja, ich schaffe gar nicht. Ja, oder das wären die Leute. Maro, du kannst ja nicht in endlich viel Leute stellen. Maro ist es. Ja, maximal 24 Stunden am Tag, jeden Tag in die Woche. Du gehst nicht nach oben, aber du bist gefixt. Ach, da muss man hin drücken. Wer macht Items da? Nein. Guten Tag, Grans. Hey! Grans! Ich hab grad auf Nils verfolgt. Ja, die Tasse hat mich geschossen. Nein, auf Nils. Auf Nils? Ja. Ist ja auch da oben. Achso, das war dein Netz. Quaro ist da oben. Kannst du mal wechseln von mir? Alles klar. Achso, das Chlorgas ist rausgekommen. Er ist da oben gewesen. Wo, wo, wo? Wo, wo? Wo muss ich jetzt... Äh, Maxi ist es. Äh... Wo muss ich denn jetzt sehen? Was passiert hier rein? Ich steff grad selber dran, aber ich wusste nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Wo ist das denn jetzt? Was ist das denn? Ich hab mich erschossen. Das ist das coole Gas. Das bedeutet, dass... Das macht keinen Schaden. Du siehst nichts. Achso. Du machst da an, wenn du oben auf der Rutsche bist, als oben so ein Zahnrad, wo du das weiter drehen kannst. Hast du ihm geschossen? Ja. Auf wen? Auf wen? Boah, wie lange ist das jetzt? Ich seh halt gar nichts. Minute. Ne, ne, eine Minute oder sowas. Chroma-Keyer einstellen. Oho. Toll. Kann ich durch den Desktop gucken. So wie Peter. Holy shit. Hi. Hi. Hey, jetzt gehst du mal von mir weg, bitte. Nur weil wir im Deathclip sind, dass es nicht, dass wir aufeinander rumhängen müssen. Mann. Ihr seid im Deathclip? Ja. Ich freu mich für euch beide. Ich hab nen guten Spot und ich weiß nicht, wie ich hingekommen bin. Du hast nicht gesehen. Nein, ich bin die Rutsche runter und bin einfach rausgesprungen und wurde weggeboostet und steh auf so ner Pipe. Items. Die beiden Leute da sind im Deathclip. Äh. Äh. Grenz. Da oben muss Maxi gestorben sein. Da ist vielleicht ne Grenz drinnen. Ja, aber was ist wenn er gelogen hat? Geh weg. Wenn die gar nicht im Privat schießt. Aha. Items und Grenz an den anderen hat ein Diegelschuss passiert und keiner hat geschrien. Äh. Äh. Aber ohne Scheiß. Ich hab aber die geschossen in eurer Richtung. Ihr habt nichts gesagt. Ja. Du hast grad eben hier geschossen. Oh, nicht vor am Becken. Die Glocke. Hallo. Also Grenz. Wenn du. Wenn du. Was war das? Deniz hat sich grad sozusagen selber gekillt. Ja, nice. Grenz auf wen schießt du? Das ist Dalu. Auf items. Oh man. Hier wurden wir jemanden erstochen. Hier unten. Items ist es. Tau Tau. Dalu ist es. Dalu hat jemanden erstochen. Dalu hat jemanden erstochen. Dalu. Ich hab Tau Tau. Ich hab Tau Tau getötet, unter die Kuh. Dau Tau Tau ist wieder zurück. Aha. Tauda, du machst einen Fehler. Deswegen habe ich dich getötet. Tauda, Schak, ist es schon der Gammel, oder was? Wahrscheinlich, ja. Wer lebt denn jetzt noch? Ich bin gleich ein einziger Freund, noch ohne den anderen ganzen Bösen. Oder du bist Schakal geworden. Nein, nein, bin ich nicht. Willst du das? Die Grenze läuft hinten an den, also an den Umkleidkabinen rum. Nein, ich werde zum Schneemann Grenzes auf jeden Fall. Ich habe dich getroffen? Ja, hast du. Ach man. Dann hau ich ab. Nein. Ich störe, ich lebe doch. Ich versuche wegzufliegen, werde beschossen. Bist du schnell? Hebe ab. Oh Gott. Wohin hebst du ab? Erstmal heilen. Das war nicht nett. Hä, wie bist du da so schnell hingekommen, Maru? Bist du auch Schäder? Ich bin gelaufen, Mann. Die überleichten hier. Da hat man Schakal. Hat dich getroffen? Ja. Schade. Boah, der Schuss. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was das Zahnrad macht. Ich habe einfach mal Spaß gemacht. Vorhin hast du es ja noch gesehen, Maru, als du mich eigentlich dazu gemacht hast. War das echt nur ein bisschen aktivieren, das Zahnrad? Das war nicht Eidens, das war Dalu halt. Okay, ich habe jetzt nur einen Schuss gehört und war euch gerichtet, dass das war Eidens du gewesen. Aber Eidens hat mir immerhin auch direkt in das Alibi mitgegeben. Du hättest mir immer mal helfen können, Grendel, dass der da wieder unter mir rumgeeiert ist. Ich habe ihn leider zu spät. Der ist so schnell. So kennt man ihn jetzt gar nicht. Er taucht auch. Close enough. Das war taucht auch. Ach stimmt, Nils hat ja... Payne hat halt die Tür blockiert und wir waren im Death Club miteinander und ich war halt tot im Alter und der andere Trader war schon tot. Ich konnte nichts mitnehmen. Ich habe halt so aufgegeben. Ich konnte nichts mitnehmen. Er surrendered, aber der Drakkar hätte ja... Never surrender. Weil ich hätte da jetzt noch 30 Jahre rumstehen können in der Toilette, also... Ja, aber wenn der Drakkar zuvor die anderen gekillt hätte... Was war die Mia Trophygarn? Was machte die nochmal? Weil es nicht die was entfallen lassen. Ah. Ich habe eine Shutdown gefunden. Ich habe eine getrunken. Ich, aber ich hatte eigentlich Push to Talk. In der Aufnahme am Trinken. Ich habe mich mitgeschossen. Äh, 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 wo ist das denn? Das war von oben, glaube ich. Da oben? Äh, wie konnte ich mir so schnell hier hin? Ich habe die ganze Zeit hier schon rum. Er wollte snipern. Ich habe eine... Vielleicht war das ja auch die... Die... Diegel wieder. Ne, ne Diegel, das hört sich ja wirklich anders an, als der hier gesagt hat. Aber durch Sidekick kamen auch. Ja, was war das denn? Ja, durch Sidekick kamen die an mit dem Diegel. Achso, okay. Das ist auch so laut. Oh nein, ich... Oh nein. Ich wurde vergiftet. Ich wurde vergiftet. Ich bin alles schon. Maro ist es. Ne. Maro ist Dete. Ich kann die benutzen. Ja. Ich bin Dete. Gibt auch noch Grands. Ich bin natürlich toll. Ich bin mir relativ sicher, dass Items es ist. Ich bin mir relativ sicher, dass Items es ist. Ich bin mir relativ sicher, dass Items es ist. Ja, aber Nitz, Nitz, du hast es gerade gesehen. Ich warst in den Raum und bin nachher gekommen. Ich bin in den Raum reingelaufen, hast die Waffe gewechselt. Bitte, bitte. Bitte. Du bist mir verdächtigt. Dann schießt auf den Fuß. Mist. Wow. Ja, halt im Moment. Was soll der Ausdrucken? Dann schießt auf den Fuß. Ja, wir sind auch richtig. 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 Das ist gelogen. Dann identifiziere ihn mal. Das ist sowas von gelogen. Da, Logen. Es kann sein, dass Nils am Gift gestorben ist. Ja, aber Nils. Ich wollte gerade sagen. Hat ein Trailer gekillt, bin tot. Ah, Nils ist es wirklich. Wo war er hier? Oh, das ist auch. Halt, 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 halt. Hier liegt seine Leiche. Aber er liebt wieder. Nee, 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 ich habe nochmal getwittert. Achso. Weil er ist direkt hier so respawned. Aber, und Dalu, oder Items lebt wieder. Ja, eigentlich nicht. Dalu ist wahrscheinlich gestorben, tatsächlich durch die Items. Das wissen wir jetzt nicht. Aber wenn Dalu nicht tot ist, dann ist er auf jeden Fall auch Sidekick, beziehungsweise jetzt Jakart. Ich habe übrigens von den Insign als R.I.P. Lass mich bitte nicht descheieren. Und Pain ist der andere anscheinend. Ja, ja, ist er. Du musst es sein. Ja, ich mache Halt, Pain. Wir sind die Letzten? Ja, genau so wie die 10.000 Leute. Erstmal, erstmal confirm. Am Spawn bei den Getränke automatisch. Nein, komm, komm. Du hast Maxi erschossen, ganz einfach ohne Grund. Können wir wiederkommen. Ja, komm, wieder. Ja, komm, wieder. Nein, 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 nein. Letztes Items. Mhm. Na, Items. Natürlich nie, die Zeit. Nils hat er wirklich Dalu getroffen, okay. Was hat er wirklich? Items ist hinten beim Trader-Room-Eingang. Ich kann noch nicht entschießen, ich habe einen Shotgun. Ja, ich habe ihn mit der Pistole getroffen, glaube ich. Oh, der war, der war, der war. Der war halt, der war recht. Also er hat sich ja auch nicht ohne Grund erschossen. Jetzt hätte er auch McFly sein können. Hä? Das war das für die Logik. The Seas, Pain oder McFly sind's. Warum sollst du nicht gewesen sein können? Bitte? Hab ich dich jetzt noch getroffen? Ja, ja, du hast mir gerade ein Brett gegeben. Nils, ey, wenn du das machst, man kann dir nicht vertrauen, dann schieß auf den fucking Fuß, ey. Ja, ich weiß, aber ich war vergiftet und ich wusste, dass ich das jetzt schnell machen muss, weil du dir vielleicht dann ein Defi kaufen würdest. Du hättest das trotzdem noch durchgezogen, dass du mir noch einen Hedgehog drücken willst, einfach weil du Traitor bist und mich noch verarscht. Ja, ich weiß. Deswegen war ich das nicht. Ich hab extra dich genommen, weil ich dachte, dass du das bestimmt mitkriegst, dass du Credits bekommst. Ja, du bist halt viel zu lange noch am Leben gewesen. Ja. Du hättest dich einfach sterben lassen wollen. Ja, aber es war eine scheiß Situation. Der Shinigami ist hier. Bist du der Shinigami, Nils? Nein. Oh, weißt du doch gar nicht. Ich bin noch nicht der Typ mit dem Deathgrip. Warte mal, Nils ist Traitor. Wieso? Wieso ist Nils ein Schlechter? Weil er weiß, dass er nicht Shinigami ist. Ach, da. Ja, ich bin Inno. Ich weiß nicht, also ich kann nicht. Wo ist er? Ja, aber du hättest gesagt, nee, du wüsstest mich. Der Automat ist nicht zur Tasso geworden? Wo ist es hier los? Jetzt runter auch schon nicht. Nee, da war eine der Schränke hinten. Hey, das gibt's auch. Was ist mit Grins? Kundran. Ich bin da. Kundran und Dallus sind total. Nein. Ich habe gedacht, warum du bist du so deppig mit Kundran? Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man könnte Traitor sein. Nein. Genau. Ja. Das heißt, ihr seid ja also Traitor, okay. Oder er ist sie. Ich beobachte sie. Da hinten rein sie rum. Da stecken sie sich. Gingen die auf uns? Wenn wir die letzten drei Überlebenden sind, wird der gebrochen. Ach so, das will ich. Dann kannst du mich töten. Dann verstecken die sich da hinten. Aber die beiden einfach präventiv töten. Das würde nur ein Traitor sagen. Da wird jeder sagen. Es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass einer von beiden eine spezielle Rolle hat. Ja, einer von uns könnte ein pikami sein. Also, dass beide Innos sind, ist eigentlich das Unwahrscheinlichste. In's Wasser. Er wurde getötet. Er wurde getötet. Er wurde getötet. Das war eine Zaube. Es kam von weiter oben. Das müsste schon weiter oben kommen. Okay. DALU! 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 Hahahaha! Kann bleibst du mal hier am Spawn, bitte! Ich haue ab. Nichts hält mich am Boden. Wie ein Astronaut. Komm da raus. Äh, die Kombo funktioniert nicht. Ich bin übrigens sehr enttäuscht, Gamefreak. Trotz Patch-Notes noch was zu ändern, finde ich traurig. Hahahaha. Warum wird jetzt DALU gewotet? Weil er sich gerade wiederbelebt hat. Ich versteh's auch. Doch, du warst im Death Grip mit. Nein, ich war nicht im Death Grip. Wir waren beide hinter Karl. Also wollten wir werden, aber er hat mich nicht angeschossen. Na dann, wenn das so ist. Und dann hat ein Traitor ihn gezogen. Ganz genau. So war das gewesen, ja? So war das gewesen. So, nicht anders. Tau Tau ist übrigens Traitor. Also wenn ihr mich tötet, tötet dann Tau Tau. Äh, hinterher ist gerade jemand gestorben, Maru. Echt? Wurde er nicht erschossen? Tau Tau hat nämlich die Tau ausgeworfen. Ich hab doch noch auf den Boden geschossen mit dieser komischen Waffe. Der wurde weg als Sniper von der Sidles AWP. Oh Gott. Da ist doch oben bestimmt. Ah! Herr DALU ist doch, sieht man doch wo er ist. Amir ist doch das tot. Jetzt nicht mehr. Von wo wurde er erschossen? Warum wurde DALU erschossen? Ne, von wo wurde denn Nils erschossen? Ach Nils? Ja weiß ich nicht. Wahrscheinlich von äh... Von oben, ne? Ok. KONTRAN IS PROVEN INNO übrigens. Er passt auf Items auf da hinten. Jaja, passt auf mich auf. Ich bin so gefährlich. Hat jemand Grenze der Leiche schon confirmed? Ist der überhaupt überhaupt... Aber DALU, ne? Wenn hier alles runter geht, dann könnte ich eventuell aus Versehen selbst... Wie glauben wir jetzt DALU, dass es wirklich TAUTAU ist? Ach stimmt, TAUTAU war ja schon. Warum soll er bitte in den TAU wegschossen haben? Wenn... Wenn... Wenn er... Also hat... Aber hat der DT... Hat der DT nicht konfirmt, dass TAUTAU nicht äh... Gedingst hat? Nein. Ich hab gesagt KONTRANIS PROVEN INNO. Achso. Ich dachte du hast auch TAUTAU wieder geschnibbert. Ne, hast du nicht wieder gesagt von wegen... TAU ist geflogen und der... Der könnte es nicht sein? Nein, ich hab nichts gesagt. Ja von dir. Lauf, Maxi schwimm. Ach Maxi, okay. Hä, ich bin Katze. Hä? Was? Wo ist denn hier... Das heißt, der Typ ist... Wer hat denn DALU von euch wiederbelebt? Lass DALU leben. Hat der DALU wiederbelebt? Oder was? Ne, das würde angezeigt werden. Aber ich... Finde seine Leichen nicht mehr. Oder wird die jetzt hier vom Wasser strom... Der Typ der Killer ist halt oben, Payne. Hier oben drauf. Der schießt auf Maxi. Hier über mir. Hör nicht auf ihn. 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 Angeschossen. Auf dich wurde doch immer geschossen, Maxi. Achso. Du hast mich doch gesehen. Wo ist denn DALUs Leichnam hin? Ich hab mich wirklich geschossen. Hey. Also wie ist denn deiner Leiche erwischt? Oh, da ist DALUs Leichnam. Ne. Achso. Maxi hat DALUs Leichnam. Wollen wir auch sehen was er ist? Das ist echt gefährlich, Kunran. Weil der Typ ist hier oben drauf. Wo denn? Grant ist das? Ist das? Oh wow. Oh wow, Maxi. Wo bist du grade? Oh, du bist da. Ich bin recht hinter dir. Mario ist am Spawn, Leute. Mist. Er ist tot, aber ich werde explodieren wahrscheinlich. Bin nicht explodiert. Gib noch ein. Good job, Grant. jetzt müssen wir noch tau-tau und dann wahrscheinlich in der länder vorne rennt lebt noch dann ist tau-tau wahrscheinlich der der da kannst du mal einen radar kaufen ob er irgendwo oben ist was er gerade an das ist doch gerade kreis kriegt ach ne scheiße schon hast du pain aber pain ist ja schon tot weil ja pain halt tau-tau da hinten rennt er rennt zum trainer der war peter kämpft der einfach nicht sterben wir haben erwischt wie hat es funktioniert eigentlich sollte der little helper form des grimm schützen ich habe die taube geworfen so dass ich noch eine zeit haben den little helper anzumachen bin aber trotzdem gestorben und second chance hat lustigerweise gebrockt die prozent chance für dich hat gereicht um mich wieder zu belegen und warum hast du jetzt noch tau-tau und wie hast du das mit tau-tau gewusst tau-tau hat irgendwas gesagt oder gefragt was mir komisch vorkam weil ich hätte ja auch trader sein können weshalb ich mir sicher was tau-tau war und selbst wenn er ja inno gewesen wäre ich wäre ja jackal wenn die innos gewonnen hätten hätte ich auch verloren also das hätte ja mehr sogar noch in anführungsstrichen was nichts gebracht aber so zu sagen ja ich kann gerade nach oben ich und eigentlich sollte der blöde little helper das death grip überstehen das wäre voll gut gewesen das hat auch hier kann man einen tauber bekommen kein fallschaden mehr alle von oben runterspringen einmal kommt die überhaupt hoch wird die tür offen was kein fallschaden mehr kein fallschaden mehr ganz genau da fliegt die kanade weiter ach von der munition heißt das ich darf jetzt einfach rumballern fallschaden fallschaden was das nicht waffenschaden aber wenn du eine mikrowelle findest du hör mal was kein waffenschaden mehr die waffe macht lustiges geräusch wenn ich sie nachlade was denn bipp bipp versuch das mal was hat er jetzt einfach gesüffelt ich nicht ey mörder ey dann ist das explodiert ja gut ist doch kein schade danke das ist nicht meine waffe da ist meine waffe was ist das das ist ein oh nein er strainer hat sich geportet hä hier ist da oh nils nils wollte mir ein header geben nils wollte mir ein header geben nils wollte mir ein header geben das muss eine diegel gewesen sein nils nils ich habe keine diegel das ist so ton gelogen ach so mit dem okator stick muss das das ding weg da bitte ich habe eine wichtige mission und los geht die wilde fahrt jetzt gehts los nein oh schau mein totem ist kaputt gemacht worden im langen gang unten unter uns mit unter uns unter uns juli nils 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 hat ja gerade nils 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 Ich hab den nicht noch bekommen. Warte mal, Ralf ist jetzt das Richtige. Warte, ich kaffe den jetzt. Die zwar Chakar, Peinball, entschuldigt. Ich wurde nur angeschossen. Wie hast du denn grad mit der Silence da? Wir fehlen mir vorbeigeschossen. Hey, es läuft da hinten. Items. Hey, das bin ich. Hey, das ist Items. Das muss. Das war eine echt lange Distanz. Ich hab den Schuss nicht gehört. Ich wollt grad sagen, den Schuss haben wir nicht gehört, nee. Ich hab den Schuss nicht gehört, ey. Ich hab den Schuss nicht mehr gehört, ey. Oh, hier ist ne Dose. Sag ich, mein Ding kaputt? Wieso bin ich so abschließend? Die Map ist sehr groß, du bist wahrscheinlich einfach mega weit weg. Der Totemjäger liegt übrigens immer noch und es hieß doch, dass Nils oder Maru es sind. Nein, ich kam von, ich stand ganz hinten am Spawn. Ich dachte, das wär Penn gewesen. Ja, genau. Am Spawn in der Richtung wurden ja auch die Totems kaputt gemacht. War aber nur Penn. Da hinten grade ein Dummer rangeflogen. Ja, aber Penn ist tot und Inno. Nein, nein, nein. Da ist jemand runtergefallen. Ich war ganz am Spawn. Das muss Maru sein. Ich bin so schnell unterwegs. Kunran hat aber gesagt, dass Kranz es nicht ist. Also Kranz kann nicht der Totemhinter sein. Ich habe McFly, Tautau und Items gesehen. Es bleibt nur ein Maru. Maru muss der Totemjäger sein. Also wenn dein Totem im langen Gang stand, war es nicht Kranz. Genau. Und ich habe... Komm, machen wir es so und dann haben wir es sicher. Okay, Tautau ist es. Doch, Tautau war mit mir oben. Ja, er war ja oben. Tautau war und Nils war oben und wer war noch oben? Items, oder? Ich bin ja nicht, ob es überhaupt nicht runtergehen kann. Ich bin mit Tautau hinterher gelaufen gewesen. Genau, und Items hat oben dann Nils erschossen. Maru ist geschossen immer noch oben, passt auf. Ja, dann muss es Maru. Ich stand hier in der Lobby hinter der Kiste. Oder Kundran hat halt... Granz stand exakt neben mir. Wo ist denn Maru? Ich stehe oben hier auf dem Dings hier drauf. Wo oben auf dem Dings? Gibt es oben Dings? Ja. Hier oben wahrscheinlich, ne? Hey, stopp mich! Ich folge Dalu's Aussage. Ich bin's nicht! Bist du dir sicher? Ich würde sagen, wir ziehen das durch, oder? Wenn Kundran Granz gesehen hat... Ich habe Granz gesehen. Das müsste fast sein, weil das einfach... Also wen habe ich jetzt noch... Also ich, Tautau und du, wir drei standen hier oben. Und Items. Und Items und Deals. Items weiß ich nicht. Doch, doch, Items waren auch hier oben. Oh, ich war teleportiert, what the fuck. Hey, ich witz mich! Granz! Wunder mit euch! Granz hat Tautau teleportiert. Granz, du sag. Oh, ich bin bei der runtergefallen. Wie dreckig! Ich bin immer nicht sicher. Es ist Maru jetzt. Nein, bin ich nicht! McFly-Items? McFly wurde geportet und hat's gesagt. Tautau müsste tot sein. Dann schieß auf Items! Also Items oder Maru. Items oder Maru? Nein, Items, du kannst Maru töten. Ja, super! Und warum ist es Dalu zum Beispiel nicht? Sein Totem töten. Warum ist Max safe? Und mein Totem. Max war bei mir oben, als das Totem- Ja, genau. Okay, okay. Und Jakar können sie alle nicht sein, weil das war Nils. Was, wenn die das Items getroffen hat? Ja, es kann natürlich sein, dass Nils jetzt noch... Hat er nicht. Sonst hätte er sich nicht so aufgeregt. Er hätte gesagt... Achso. Lass mir noch ne Waffe aufheben. Ah, ich bin beschossen! Ah, ah! Ja, von Items. Dann muss ich... Also, dann müsste die Runde jetzt vorbei sein. Dankeschön! Ihr habt mich dazu gebracht, die rumzubringen, der wahrscheinlich unschuldig ist. Dann bist du ja... Dann bist du ja einfach tot im Egal. Nee. Dann bist du's einfach. Ganz einfach. Nein, Kunern, du weißt Bescheid. Da oben ist übrigens die Leiche. Er ist hinter dir. Ja, ich bin jetzt über den Kabinen. Immer noch mit sechs. Könntest du die Leiche da oben identifizieren? Ja, klar. Aber es muss ja immer sein. Ja, muss ja immer sein. Ja, aber... Wer lebt jetzt noch? Maxi lebt noch, oder? Ja, aber ich und... Wollte grad sagen. Aber ich und Jalu standen oben, als das... Wir waren da... Wir haben vierten den Reifen runtergerollt. Wir haben vierten den Reifen runtergerollt. Wir haben vierten den Reifen runtergerollt. Wir haben zu viert den Reifen runtergerollt. Der soll jetzt schieß jetzt gleich einfach auf die andere Seite. Wie bist du so schnell weggekommen? Was sagt ihr? Was? Wie bist du so schnell weggekommen, wenn... Items hat eh nur sechs. Der will uns nicht alle töten können. Aber wenn du es bist, wie hast du es geschafft, von da oben wegzukommen, das Totem kaputt zu machen, wieder hochzukommen? Kann Items so gut spielen? Das wüsste ich auch gerne. Ja, genau. Weißt du, würde Items so gut machen? Langsam glaube ich, dass es McFly ist. Aber du warst bei mir, als wir den Reifen runtergerollt haben. Items ist ja die beste Rolle, wenn du ein Trader bist, ne? Oh Gott, komm mal. Bitte, hab Gnade. Das ist Dalu. Ich glaube dir jetzt, dass du es nicht bist, wenn du mich nicht verarscht hast. Ja, ich bin es auf jeden Fall nicht. Ja, dann könnten wir bitte alle zusammen... Was natürlich immer noch sein kann, ist, dass Dalu's Totem gar nicht zerstört worden ist. Ja, aber dann kann ich ja immer noch nicht Totemjäger sein, selbst wenn es nicht meins war. Ganz bei uns, das stimmt. Aber... Aber es fehlt uns sofort. Es ist McFly! Er hat eine Zaub in der Hand unter mir. Ich hab ihn! Er hat sogar noch einen Fake-Tester geholt. Nee, nee, hab ich nicht. Hä? Hä? Weil er... Totemhalter ist. Totemhalter nicht angezeigt? Okay. Totemhalter wird erscheinend ein bisschen angezeigt, ja. Wenn du jetzt nichts gemacht hättest, dann hätte ich Items direkt weggeballert. Ja, ja, ich hatte auch... Das dauerte mir zu lange. Ich wollte das Ende jetzt lang weg. Du hattest dein Totem direkt vor den Teleporter gestellt und ich hab kaputt gemacht und direkt rein in den Teleporter und hoch. Genau. Ich war da vorne nicht vorne, ich war da nicht oben. Du musst aber trotzdem halt... Wenn euch jemand mit der Diegel anschielt, dann seid auch mal ein bisschen vertrauenswürdiger. Nein! Der Diegel, Alter! Man muss ja auch nicht unbedingt Jackal werden, also... Ich wollt grad sagen, das sag ich auch das nächste Mal. Ey, vertraut mir! Bam! Als Traitor! Ich hab den Diegel jetzt nicht ausweist. Maxi, das wär ne richtig coole Runde. Äh... Robert war E-Traitor. Ich hab ja auch nicht mal gesehen, dass er auf mich schießt. Brans Teleport war geil. Ich hab's das nur gehört. Brans hat sich vor... Brans hat sich vor mich teleportiert. Ich schieß ihn an. Er hat sich dann nochmal mit Tautor teleportiert und stand genau hinten dran. Ich stand einfach wieder. Und ich bin unterbrochen. Und Tautor ist da gelaufen. Aber... Sein Glück war ja, dass ich durch Fallschaden gestorben wäre, weil wenn ich gestorben wäre... Ja, beinah hat er mich dadurch umgebrannt. Das wär richtig kacke gelaufen. Aber damit hat's ein gutes Alibi. Ja, das war echt so. Noch eins. Noch eins. Kann man eigentlich als Eno hier hoch? Reitans hat seine Rolle zu gut gespielt. Nur wenn die Tür verschwindet. Einfach in Eno. Ja. Deswegen haben wir... Oder wenn du es schaffst, den Jump zu machen. So wie du geredet hast, hab ich auch immer eine gezögerte. Ich bin auch normalerweise der Typ, wenn er überführt ist, dann fang ich einfach an zu versuchen, jemanden Luckshots zu rücken. Ja, guck mal. Der Random Tester ging an. Und dann hast du gesagt, oh nein. Ja, richtig. Das kam auf den Zug. Scheiße. Ja, nochmal. Hallo. Scheiße. Ich hätte ihn echt durchlaufen lassen. Einfach warten. Wäre der durchgegangen. Das wäre so ein Mensch erschrocken. Nein. Du hast halt auf einmal den Kuntran daneben. Du hast halt dann auch noch mal so zugegeben, scheiße, Kuntran testet mich gleich. Die ist raus. Nein. Ganz kurz, dass das Geräusch kam, ich hab mich davor erschrocken, hab dann nach rechts geguckt, dachte, oh nein, jetzt bin ich gleich tot, weil der Typ war. Und dann hab ich gesehen, es ist Kuntran und hab gemeint, okay, Kuntran, gut. Ja, nee, nee. Und ich hab jetzt halt tatsächlich nur nicht geschossen, weil ich das Ergebnis von Random Tester abwarten wollte. Ja, da wäre McFly oder Eno gewesen. Das war einfach. Boah, das wäre mega. Und dann hätte ich auf jeden Fall halt geschossen. Das wusste ich dann echt geschossen. Wollte ich reagieren, deswegen habe ich die Taube auch genommen. Das war so, oh, jetzt wusste ich fast noch. Ich finde schön, dass ich im letzten Moment noch Maxi einen Klick gegeben habe. Das war wichtig für mich. Sollen wir denn eigentlich den Random Tester updaten? Also das ist ja auch Schakal. Ja. 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 Das ist ja der Traitor Tester. Hallo, man hört dich. Und weiter. Guck mal hier in meinen geilen Slide. Na ja. Das war super cool. Das ist keine Ahnung. Das lassen wir so stehen. Ja. Keine Ahnung, Adel. Ich wollte eigentlich gar schon letzte Runde machen, weil wir müssen noch eine aufnehmen, ey. Mann, Mann, Mann. Nein. Jetzt heute müssen wir heute aber fünf Minuten länger. Ich wurde geported, ey. Langer Gang. Was? Langer Gang ist keiner. Langer Gang ist keiner. Echt? Was ist das jetzt los? Ich glaube, das war eine Minen-Kombi und er hat sich selber anstatt zwei Mal teleportiert und dann ist das falsch. Hm. Oben ist einer. Oben ist einer. Danke, dass du mich freust. Ich bin Dete. Alte fürs Oben ist Dete. Sorry. Ich hab schon was gesehen, ne? Tut mir leid, Alte, was ich noch gesehen habe. Ich hab auch keinen gesehen, deswegen bin ich so verwundet. Grenz vielleicht? Grenz rechts für dir müsste ich irgendwo da sein. Ich bin in den Kabinen. Grenz? Nein, das zählt nicht. Grenz könnte es gewesen sein. Tatsächlich. Aber auf mich wurde auch geschlossen. Ja, weil das... Ja, du schieß doch nicht. Ich hab auf niemanden geschlossen. Ah, hier ist die Leiche. Ja, ich muss nur ab und zu mal deinen Namen sagen. Der ist schon Tor oder so. Der ist gestorben. Wo ist er? Geil. Ich hab meine Waffe gedeckt. Ich glaube es ist ein Maxi dann. Das ist aber eine Pain-Taktik. Also Doorbuster plus... Ich hab gar nicht auf dich geschossen, Items. Items lügt, Items ist es. Also Doorbuster plus die Pain-Technik. Ja, aber wenn du... Warum lügst du denn? Warum soll ich... Ich hab nicht... Ich hab... Wer hat das gerade gesagt? Ich. Doorbuster plus Teleport ist ne Pain-Combo. Powtower hat doch gerade auch gesagt, Pain wäre es. Woher willst du wissen, dass das ein Doorbuster ist? Nein, aber Items. Die Tür daneben liegt. Items ist genau hier drüber, Nils. Das war keiner von uns. Das muss einer von der Hände gewesen sein. Ja, ich glaube es ist Maxi gewesen. Ich war es aber nicht. Maxi hat mich auf Grants geschossen. Ja, ich hab auf Grants geschossen. Ich hab eine Sniper-Rifle. Pain. Ach, das hast du doch alles gesehen. Das weißt du. Ich hab doch grad mit einer Sniper zurückgeschossen. Und du hast ein Scout in der Pfote. Aber ich hab... Aber es können doch alle gewesen sein. Jetzt schießt Grants auf mich. Ich hab nicht geschossen. Stopp. Ich hab nicht geschossen auf Maxi. 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 Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab einen Schuss abgegeben mit der Scout. Du kannst hierher kommen und meinen Buffet checken. Ich hab einen Schuss auf Grants abgegeben. Das kann er bestätigen. Ich hab nicht geschossen. Warum? Er meinte irgendwie, ich hätte geschossen. Aber ich hatte nicht mal ne Waffe in der Hand in der Zeit. Ah ja. Weil ich meine Waffe zur Schöpfung habe. Nimm ich DNA-Teil, Tim. Das weißt du doch, wenn du erschossen hast. Ja, aber Moment. Du hast ihn erschossen, wenn du keine Waffe in der Hand hattest. Ja, keine Ahnung. Weil er... Ja, keine Ahnung. Zufällig hast du genau die Waffe in der Hand. Auch jetzt mit der erschossen wurde. Ja. Weil ich ihn dann erschossen habe. Warte. Ich bin direkt neben Maxi, Leute. Ja, ja. Ich bin zu blöd. Die Erklärungen sind mir zu blöd. Ja. Guck mal, Pain war auf jeden Fall einer, ja. Das war die Pain-Kombo, die Dalu getötet hat. Aber es wurde halt gerufen, aus den Kabinen wurde geschossen und auf Maru. Und im Endeffekt ist Grants und Pain waren da drinnen, so. Aber Grants ist weiter weggelaufen, anstatt sich umzudrehen und zu sagen, oh, ich such den. Was er normalerweise tun würde, denke ich. Das würde er aber auch als Zweiter eigentlich normalerweise machen. Das ist eh Jakar. Oder dass Dalu nicht mehr lebt, weil Dalu hätte jetzt gesagt, ich wäre bestimmt Jakar, wenn ich sowas mache. Kann sein, dass Maru ein Totem-Hunter ist. Ich wurde von ihm angeschossen. Maru wurde aus den Kabinen halt angeschossen. Ja, dann muss es eigentlich McFly sein. Nee, Max stand vor mir. Der hätte ja gefinischt. Ich stand direkt neben. Und ich habe sofort gesagt, das kam aus dem Kabinen, wo Grants und Pain war. Und Grants auch nicht. Nee, dann muss es McFly sein. Warum? Weil Grants kann nicht sein. Ich hab dich nicht angeschossen. Maru scheint es ja offenbar auch nicht zu sein. Und Grunde kann es auch nicht sein. Also um mich nicht frei zu sprechen, ich hätte ja auch vom Jakar noch angeschossen worden sein können irgendwo. Maxis und Trader der Totem-Hunter sein können, ne? Ja, dann sind... Okay, dann seid ihr erst halt beide. Es ist Grenz vor mir. Also dann darf er... Schätzchen neben mir. Maru und Maxi, ihr dürftet aufeinander schießen, weil einer von euch beiden ist Totem-Hunter. Ich hab mich voll nicht erschossen. Ich hab mich voll nicht erschossen, als er euch angeschossen wurde. Und... McFly hat sich jetzt auch verpiss. Und redet nicht mehr. McFly sehe ich schon die ganze Zeit, übrigens nicht mehr. Ja, wir hatten die ganze Zeit gesprochen. Wenn wir die Voten unterschließen, dann ist es dann nur der andere. Wundern. Ja, komm. Wundern. Wundern. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Nein, das ist Grenz. Warum? Ich dachte, Maru oder er? Wieso bin ich denn jetzt auf einmal... Er lebt, glaub ich, gar nicht mehr, oder? Sonst würde er angezeigt werden. Ja. Ja. Also es würde sich halt nur nicht bewegen im Zweifel. Ich hab Grenz grad nicht gecallt, sondern hab gedacht, das wäre Maxi... Ja, das ist Maru, oder? Das war Grenz. Ne, jetzt kann er immer noch weg... Ah, Moment, hier ist nur deine defizierte Leiche. Vielleicht ist er das. Ja, McFly ist tot. Sonst würde er doch irgendwo angezeigt werden. Ja, aber wir würden ja jetzt... Klar, aber jetzt wissen wir auch, was er ist. Maru ist auch tot. Maru ist auch tot. Ähm... Moment. Gren... Leute. Grenz. Einer von euch beiden. Ja, oder du. Wie hast du denn dann grade das Rhythm so stört? Nein, also ich hab Pain getötet. Ja, in der Kurzschlussreaktion, ohne zu wissen, dass es safe ist. Ach, warum sollte ich denn Pain erschießen, wenn ich tot im Hunter bin? Das ist eine sehr gute Idee. Weil du vielleicht dachtest, dass sie sich das sowieso vor hatte und ich dir deswegen vertrauen würde. Entschuldigung. Du hattest das nicht vor. Sicher? Ja, ich bin mir zumindest sicher, dass du es nicht vor hattest. Also Grenz ist hier... Oh, da schießt jemand auf mich. Ich wäre mir vorher echt sicher gewesen, dass Grenz ganz groß im Hunter sein kann. Kondran, hast du grade auf mich geschossen? Nein, ich hab ne Shotgun. Ah, ja. Das dürfte ungefähr mit dem Schaden zusammenpassen. Aber auch in der Zeit... Nils ist hier. Ah, toll. Ja, schießt aufeinander. Okay. Du weißt, dass ich es nicht bin. Okay. Wow. Mir geht so ein bisschen vorhin meine Leiche rübergelaufen und ihr sagt, wir wohnen jetzt wachsen. Aber woanders stehen wir. Wer war der Typ mit der Sniper, der mich abgeschossen hat? Grenz! Das Richtige. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like. Dann schauen wir einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Tschüss. Tschüss.